Ich bin die Erika Pritz aus Emmersdorf, die Chefin vom Hotel zum Schwarzen Bären. Wir haben wunderschöne Zimmer. Wir haben einen Wellnessbereich. Ein Schwimmbad. Wir haben Leihräder, eine ausgezeichnete Küche und wir sind am Tor zu Wachau, da gibt es ganz viele Sachen zu entdecken, Kultur, Wandern, Radfahren, ich freue mich auf euch, Servus in Emmersdorf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.